Und hier bin ich wieder mit einer weiteren Folge, God of War. So, hier ist ja die Feuerbarriere. Wo bist du denn, Junge? Ich guck mal, wo sich so die Krünter am Feuer vorbeikommen hat. Das ist auch für so ein Gesicht. Noch ein, mehr Prüfungen. Offenbar haben Zwerge mit diesen Tunneln die beiden der Riesenaufgabe. Wie für uns. Oder für mich zumindest. Okay, wenn der eine aufgeht. Stark könnte ich. Ja, all head. Was denn, oh man? Oh. Das gibt's doch nicht. Das hilft uns nicht. Wir sehen uns drüben. Das kenne ich von Chenow die Tunneln. Das ist auch so ein Drehfeuerdingen. Aua. Das ist auch nicht zu Gut. Ich finde die Tunneln. Der hat mir im Leben. Das tut mir auch. Ich tue. Und heute macht es sich. Ich fahre hier. Das ist doch nicht zu vielmehr. Ich tue. Ich tue. Ich tue. Ich tue. Ich tue. Aber. Also, da kommt das Feuer nicht durch. Aha, die Gegner auch noch. Ja, das ist Feuer. Das muss man so, dass ich die ganze Zeit hier sehe. Oh, weg mit dem. Okay, nein. Ups, wieder war nicht drin. Au. Was war das denn? Okay, und jetzt kommen wir hinterher. Oh. Moment. Das geht so nicht. Ach, das ist ein Rad, was ich drehen muss. Das geht so nicht. Oh, das geht so nicht. Okay, die grandmother ist für den Feuer. Die Frau ist der Hand. Das stimmt. Oh, was wird hier sein? Wer weiß. Wir bringen ihn in den Gang. Vielleicht sind wir zu schwer. Die Steine bewegen. Mal an. Siehste, wir kommen hoch. Genau. Wir fahren erstmal schön nach oben. Okay. Atreus. Alles gut. Hab nur kurz das Gleichgewicht verloren. Für jemanden, der so stark ist, machst du dir echt viele Sorgen. So komme ich gut zurecht und sichere unser Überleben. Mag sein. So zu leben macht aber nicht viel Spaß. Na ja, wir werden mal schön in der Ruhe gehen. Ja, okay. Doch keiner mehr. Ja, schön mit dem Fuß. Aua. Aua. Nein, stehe auf! Hilf der auf. Wenn ich liegen tue, kann ich im Moment nicht aufstehen. Aber gut. Äh, dann eben nochmal. Ah! Oh! Oder auf dich. Sind wir noch zu schwer? Ja, wir bewegen uns. Sag mal, wenn wir auf dem Gipfel sind, was glaubst du, wie weit wir dann sehen können? Bis zum See, zur Weltenschlange, zum Haus? Das sehen wir, wenn wir dort sind. Bis dahin, wachsam bleiben. Atreus. Alles gut, hab nur kurz das Gleichgewicht verloren. Für jemanden, der so stark ist, machst du dir echt viele Sorgen. So komme ich gut zurecht und sichere unser Überleben. Mag sein, so zu leben macht aber nicht viel Spaß. Justa! ishesht fellow. Schade, Schade, Schade! Ja! Ja, sta! Das war's für heute. Und wieder bin ich K.O. Gut, das war von der zweite K.O. auf diesem Lift hier. Ich meine, bei so viele Gegner ist das auch kein Wunder, ne? Äh, wo kommst du denn her, Mensch? Hä, bin ich. Meinst du, ich will nach oben? Und kommt noch einer her. Ach, Gott. Au. Ja, da kann ich nichts machen, da ist ein Feuer da so. Gut. Dann muss ich mir aber was anderes ausdenken. Hm. Wow. Ich hab da gar nicht angefangen, die Bilder. Ich hab da gar nicht angefangen, die Bilder. Moment, da sind wir ja noch hier oben. Von hinten! Oh, eine von hinten! Da ist doch keine Frau mehr. Oh, das ist jetzt der Kleinwahl. Oha! Wieder so vieles Leben hier. Oh, der ist runtergefahren. Das ist runtergefahren. Ja, ich bin der Hals. Oh, er hat sich ein bisschen... Leben geholt. Ah, siehst du? Was geht da? Wie viel Spaß war das? Verstehe. Mehr Sorgen machen. Steigen wir hier aus? Nein, wir stecken fest. Ähm. Ein Teil des Aufzugs klemmt in der Wand fest. Kriegst du ihn raus? Was? Muss ich mal gucken, ob ich ihn rauskriege? Äh... Was? So, wo läuft hier denn? Hier geht wieder was auf. Auf... An der Wand. Hm, hier sieht das so aus, als könnte man da hoch, aber da blinken nicht. Ah, hier. Okay, taktig bewegt ihn wieder. Wie viel weiter müssen wir noch? Ich weiß es nicht. Greift uns noch mal jemand an? Garantiert. Oh Mann. Ja, sei jetzt bereit. Gut, dann mal los. Draugel, hinter dir! Oh... Ach, die haben mit ihren Feuer, ey. Okay. Äh. Gut. Gut. Ach. Reiß ich aus dem Hunde. Uah. Wir gehen heute zu weit weg. Ich muss ja auch nicht in der Oma aufpassen. Was ist eigentlich der erste? Oh. 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 Ich bin bereit. Oh. Nein. Mach mich hier nicht allein. Da sterbe ich doch ganz schön auf. Ich glaube im ganzen Spiel. Ganz viel noch nicht so. Wie da nicht drauf ist. Ja. 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 Die haben doch noch ein Feuer da oben, ey. Aua. Das ist Oceanic. Was weiß ich da und macht den da wie? das ist ganz schön hey du dicker ich bin mit dir nicht in Ordnung Oh, das ist gern für irgendein Gepanzer, ey. Oh, ja, lohnt sich, lohnt sich, lohnt sich. Oh, Alter. Oh, ja, lohnt sich, lohnt sich, lohnt sich, lohnt sich. Oh, ja, lohnt sich, lohnt sich. Oh, ja, lohnt sich. Oh, ja. Walsen! Oh, ja, lohnt sich, lohnt sich. groß und kippen helfer ja ein gut getroffen in die Fresse ja 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 Ich bin bereit! Warum kommt sie weg? Ja... Da liegt sie wieder, was? Oh man... Ich weiß... Hui... Ich glaube wir sind sicher. Sieht so aus. Vater, wenn wir Mutters Asche verstreut haben, was dann? Was kommt als nächstes? Dann tun wir nur eines. Wir kehren heim. Das war's? Das Abenteuer ist vorbei? Fürs Erste. Aber wir haben viel zu tun. Du hast recht gehabt. Auf dem Boot, nachdem der letzte Baum gefällt war. Du sagtest, etwas hätte sich verändert. So ist es. Und unser Heim ist nicht mehr sicher. Aber das wird es wieder sein. Und wir müssen deine Ausbildung fortsetzen. Okay. Wir sind also gleich da oben. Wir sind fast auf dem Gipfel. Nichts kann uns jetzt noch... Äh... Und bleib hinter mir! Okay... Was bist du hier für ein Drache? Komm mal los! Au! Au! Ich will doch gerade, als ein Boss kam. Wie kommt jeder? Was ist doch da los? Ich will doch! Einfach! Oh! 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 Ok, ich hab mich mal wieder hingewiesen. Direkt hinter dir! Ja, komm mal! Los da! Kann los! Kann los! Oh, ja! Oh, ich muss ihn nicht mehr schnappen. Oh, oh! Was macht er jetzt? Oh, ja! Was machst du da? Oh, ja! Höchst du! Puh, das war heftig. Halt! Wow, was war das? Hm. Könnte ein Ektrasierwurzel sein. Eine was? Sprengkristalle. Ah, ja. Kann ich also damit dann die Dinger jetzt hier kaputt machen? Das ist ja mal interessant. Ist das sein Harz? Kristallisiert. Und es wird Macht in sich. Unglaublich! Kann ich noch mal einen mit? Ich weiß nicht, was da vorne noch drauf kommt. Ah. Wahnsinn, dass wir gegen einen Drachen gekämpft haben. Ich habe auf seine Augen gezählt, aber ich bin gestolpert. Glaubst du, das ist ihr Zuhause? Kamen sie her, als die Riesen fort waren? Oder zogen die Riesen wegen ihnen fort? Junge, die Luft hier wird ziemlich dünn. Keine Fragen mehr. Atme. Oh, ja. Ich verstehe. Na, das ist doch toll. Wenn wir nochmal da zurück müssen, wo die anderen roten Sperren waren? Oha. Hörst du das? Da schreit eben jemand. Ich glaube, wir sind draußen. Oha. Halt ihn! Es ist Sendri. Kannst du so etwas töten? Nur wenn wir ihn überraschen können. Ich kann ihn ablenken. Was machst du? Wir müssen ihm helfen. Geh nach rechts. Finde eine Stelle. Wacht auf mein Zeichen. Danke. Hey Mistvieh! Hierher! Mitvieh. In den Schädel rein. Oh, ich glaube, das geht in die Mund wieder hoch, ey. Krass. Oh. Auf die Zunge. Ich glaube ich war richtig sauber. Aua, das saugt mich ja an. Oh, der ganze Poli ist da unterm Boden. Jawohl, das habe ich getroffen. Oh. 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 Ja, ja, ich hab's gelegt. Oh, ich hab's gelegt. Oh, ich hab's gelegt. Ah, ich hab's gelegt. Okay. Okay. Oh, ich hab's gelegt. Ich hab's noch probiert, wie er geht. Alter, ich komm da nicht so weit. Okay. Okay. Oh, im Moment hat er immer so auf die Ecke da. Oh, mein Köln. Oh, wenn du nicht zu mir kommst. Oh, das war knapp. Das ist doch mal keine Druckwelle. Das ist doch mal keine Druckwelle. Das ist doch mal. Ich hab's gelegt. Nein, nein, so langsam, wenn ich deine Truppe hätte, du meinst. Oh, wow, das war knapp. Aber das bringt ja auch nichts. Oh, da war die Druckwelle zu hoch oder zu stark. Schön. Dann, Hada ist wieder auch voll oder bleibt dabei seine Energie? Hm. Ja, vielleicht. Okay, gut hier noch. So, ich bin hier auch wieder voll. Das ist gut, jetzt kann ich wieder richtig kämpfen hier. Du bist die Strahle. Au. 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 Äh. So, jetzt werde ich mich mal ganz auf deine Pfoten da kontrollieren. Hier adel нам sch Kollegen den Kank. Der. Du. Ut רatori community. Ich representatives davon doch alle �zemstür private DIRECTOR. Der steht dir noch nachimar. Abwech Quadratmeter. Ja, ich habe nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Geh! Die Kürze! Die Kürze! Die Heidreck-Kristalle! Das war's für heute. 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 Yeah. Yeah. Das war's für heute. Okay. Das war's für heute. 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 gehen was nicht genau so schrecklich und was willst du denn damit den fahr sich nicht an so jetzt fahr damit die sehne des bogens entlang tu es einfach atreus dein bogen zweimal sollte reichen schön sachte schockpfeile ok jetzt kann ich die roten dinge damit den kaputt machen ist ja interessant wow oh klar jetzt war die beeindruckt wie erklärt ich habe ich habe die ist ja nicht so als wollte ich gerade die komplexe kunstfertigkeit meines berufs erklären nein nicht doch so lange es dir hilft ja sehr schön zum geschäft so ja das kann Ja, ich bin immer so, wenn ich stärker runtergehe, dann weiß ich immer nicht, ob sich das dann noch wirklich lohnt. Gut. Du, hast es nicht eilig? Nö. Wo hast du das denn gelernt, Cindy? Tja, nachdem Brock und ich getrennte Wege gingen und ernahm ich Studien in Vanaheim. Das hat man bewusst sein erweitert. Ab und zu brauche ich neue Inspirationen für kreative neue Wege. Das war mit ein Grund für unsere Trennung. Brock ist so festgefahren. Unsere Arbeit hat sich nicht weiterentwickelt. Wir sind zwar meisterhafte Waffenschmiede, aber sonst? Veränderungen sind Teil des Lebens. Wer sich nicht anpasst und verbessert, bleibt im Staub zurück. Und das ist dreckig. Alles klar. Bis nächstes Mal. Bevor ihr geht, nehmt euch vor allem am Gipfel in Acht. Ich bin sicher, dass Odin da oben etwas beschützt. Und ihr wollt euch nicht bei ihm unbeliebt machen. Wer? Wir? Ja. Kommt mir so vor, als hätten wir erst gestern Hirsche gejagt. Jetzt haben wir gegen Dunkelalben gekämpft, Trolle, Urga und einen Drachen. Jetzt könnten wir es mit allem aufnehmen. Wir siegen, weil wir entschlossen sind. Diszipliniert. Nicht, weil wir uns anderen überlegen fühlen. Klar, ich weiß. Es ist nur, stark zu sein, fühlt sich gut an. Weißt du? Ja, ich weiß. Gut, dann würde ich jetzt mal sagen, nach dieser super langen Folge, weil die Kämpfe haben wir auch einiges in die Länge gezogen, werde ich hier langsam zum Ende kommen. Ja, 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 ja. Guck, ich brauche dich doch weg, mein... Oh, Pimmel. Au. Okay, der wird ja mal wieder aufgeladen. Das nützt ja gar nicht, wenn man hier drückt. Bin soweit. Oh, da habe ich doch ja. Das ist das. Oh, das ist das. Ähm. Oh, das ist das. ich glaube ich brauche das meine pause gut da war ich hier zur säule und sage dank der folge macht gut und bye